Na gut, gut wie dich teilen wir uns den dritten Platz. Nochmal! Nex! Guck ich schon schon wieder an. Wörst du so, das sind halt alle Gentleman hier. Echt mal. Schon wieder pink. Ja, jetzt wartet mal. Weißt du es nicht gerade, geh ich anders mal ein, sonst sonst. Jackenknopf, echt jetzt? Sag mir doch was, sag mir doch was es ist. Komm doch selber drauf. Und kein Kopf? Bauchnah. Ja, aber das Schwangerschaft hat mich jetzt voll rausgeballert. Ja, weil es nämlich auch passt. Ja. Ja. Das macht es besser, glaube ich. Das macht es nicht besser. Ja. Ja. Oh Mann. Ja, bei den ganzen Pfeilen war ich dann irgendwann bei mir. Und so, hä? Wie auf den Wetterkarten, die ganzen Pfeile. Ja. Der Pfeil richtigen Chat hab ich erst nicht gecheckt gemacht. Ah. Ja. Das ist super schön schön. Ja. Ding, 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 ding. Und gleich mal. Du bist so gratis. Du bist so gratis. Ich liebe dich. Du bist so gratis. Ich möchte mich mit dir sagen. Du bist ja, du bist immer mit dir. Ich bist ja, ich möchte dich auf jeden Tag. Du bist ja, 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 du bist ja. What? 5? Ja, breitere Balleine gewählt. Fuck. 4, 1, 2, 1. Sehr gut Wolfi D&D Jetzt braucht der Kerl noch Arme Grün Ach Gott, bin ich dumm Ich war kurz davor Ja, das haben wir auf jeden Fall Der Ampers hat es rausgerissen Dann habe ich erkannt gehabt Der war auch Wolfi is the brain Ich hätte es nochmal geändert, Winston Steht es jetzt richtig da? Oh Gott Der Strich gehört nicht dazu Ehh 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 Ne, bei mir steht immer noch eine kleine Zeit drin Achso Ehh 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 Was? Nein, danke. Danke für den Film. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war ein bisschen. Aber ich sollte das Ding. So ein anderes Weiß habe ich nicht. Alter, what? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh. Und. Eeeh. Nee, hä? Nicht Öste. Nee. Zu kurz dafür. Ach, Eis, Kaffee. Ah, fuck. 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 Oh, der Clue zutzt. Ah, fuck. Ja, ehrlich, ich bin's. Äh, jetzt wahrscheinlich einfach nur, jetzt wahrscheinlich einfach nur braun und dann Eis dazu. Irgendwie sowas, ne? Ja, ich hab halt kein anderes Weiß. Ich glaub vielleicht die Wörter nicht vorlesen. Fuck, was hat er genommen? Oh, scheiße. Ähm, fuck. Wie mach ich das am besten? Oh, gott ne? Halt. Ähm. Ähm. Wastin away waiting for you to call one more time. Without you here. Can't sleep, can't breathe. I need you here. Right next to me. Thoughts in my head racing. We can't go on like this anymore. Ah, fuck. Äh, dadadada. Ja, fuck. Alter. Okay. Glück, eigentlich kann ich ja nicht machen, ne? Ey. Ah, fuck. Ich hört man das. Alter. Das ist doch der hässlichste Zahn, den's gibt. Ja, Pasta. Ja, Pasta. Oh, mein Gott. Das ist das gutes Problem. Er denkt, er wird zu umständlich. Oh, nein. 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 Ah. 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 Wie viel hast du schon getrunken Jessica? Nicht viel. So viel, ich stand sich nicht. Ah. Das war's für heute. What? 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 Was machen die? Ich weiss es nicht. Ich sag mal Ongar! Oh fuck, ich komm nicht drauf! Ich hab's nur so zeichnet können, ich hab keine Ahnung, wie ich's hätte sonst zeichnen sollen. Ja, 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 ne, es ist eigentlich gut gezeichnet, das stimmt. Oh fuck nicht, ach, kacke! Oh Gott, ich weiß nicht, das. Ich weiß nicht, das ist so kompliziert. Du verlierst, du meinst, du veränderst. Und tomorrow, du regrettest. Aber, um zu dem Morgen. Dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can't die. Ich kann nicht aufkommen. Dance with me, baby, take away the pain. Ja. Dance with me, baby, take away the pain. What? Oh Gott. Oh Gott. Nicht den zweiten Buchstaben verwechseln. Das blöde Haar. Das blöde Haar. Zeit, 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 Zeit. Du denkst, Du werd mit in die Hand. was das sein soll was haben sie alle gemeinsam gibt doch keine tipps mensch um gottes willen es ist alles kacke oh gott Oh, schau. Was gemacht? Ja. Wir kommen jetzt gleich, hey? Naja, kurz über die Details soll ich nicht verbrauchen. Ähm. Obwohl, eigentlich könnte ich mich jetzt rücklehnen, wenn's Volfi nicht errät. Dann hab ich gewonnen. Ja. Das ist Grundl jetzt rausgefunden, oder? Bin ich wenigstens nicht letzter, finde ich gut. Also wenn's jetzt die letzte Runde ist. Oh, oh, oh. Jawoll. Komm schon, Sigi, mach mit. Ja, ich weiß nicht, wie er ist. Ich bin im Stream drin, aber ich weiß nicht, wie er auf euren Seiten kommt. Äh, äh. Auf den Link. Dann machst du deinen Quilch, wie du ihn willst, und dann auf Play. Und dann gibt's ihm halt noch nen Namen. Genau. Ja, was wollen wir? Ich wollte da vorgreifen. Werbung. Ich muss kurz die Werbung erbauen. Da ist er. So, Attacke. So. So. Du und Sigi fängt gleich an. Ja, und Sigi fängt an. Äh. Jetzt ist mein Nixens voll, dass ich nicht anfangen muss. Jetzt ist mein Nixens voll, dass ich nicht anfangen muss. Jetzt ist mein Nixens voll, dass ich nicht anfangen muss. Und den, ähm, Zeichen. Ah ja, Alter. Ich dachte. Hey, hab' immer äh, sich an derer. Was ist die Tür? Ah ja, ich hab' immer äh. Wie fühle mich an. Oh nein. Ich hab' immer äh. Und die Zeit. Wöbel. Oh je, wie konnte ich dich wieder weg? Ja, so rückgängig gibt es nicht, du hast nur eine Radiogummi. Doch, geht's. Ja gut, dann machst du alles weg. Ich muss jetzt nochmal... Okay. Mhhh... Weit, wir müssen uns noch was zeichnen. Ne, was? Ne, nicht. Nee, ich konnte es nicht. Das ist nicht alles gut. Hä? Hä? Ach, na komm. Das ist ja... Das ist ja ein Scheißbegriff. Ich wollte es einmal tippen und dann... Das ist ja ein Scheißbegriff. Ja. Ja. Ja, äh... Ach so, das musst du jetzt rechts eingeben, Sigi, ne? Ach so, du musst so ein Zeichen jetzt. Ich weiß nicht, wie es sonst das Zeichen soll. Äh, Sigi, weißt du wo du das eingeben musst? Ja, okay. Ich hab bloß... Ich hab bloß... Ich hab bloß das Zito beginnen. Oh Gott! Was? was was ach ich weiß wie schreibt man das ich hätte es so zeichnen sollen ja alles cool ich habe ja kaum mehr welche bei tapft hätte es aber kinken müssen drei wetter drauf dann dann kinken 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 bortl kommt vom dorf der hat an seinem haus ne scheune garage ganz kurz noch mal ich hatte zur auswahl noch rumänien gehabt Wenn du die Flagge kennst, musst du hoffen, dass du die anderen kennst. Äh... Jetzt hab ich frage, wie viele von euch kennen die rumänische Flagge? Nobody. Negativ. Äh... Okay... Rassi... Wem durch. Das wird nicht sein, ich kann sagen. What? Das wollen wir so... Ach so. Näh... Ach Hosen... Hosenstall, das sagt doch keine Sau, alter. Hosenstall, ich bitte euch. Wolfi cheated. Wolfi cheated. Mit was? Wie soll ich nicht? Was eigentlich? Was eigentlich? Ich merke schon, Wolfi ist ein Profi. Nein, bin ich nicht. Wo? 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 das hast du wunderschön gezeichnet komm gleich noch mehr was? gut jetzt wollen wir auf ja ist so Das ist der Hosenstall-Kentor, was keine Sau mehr sagt, ey. Ah, das soll die Zeit. Hört man was, das ist doch jetzt ein Scheiße. Hört man was, das ist doch ein Scheiße. Hört man was, das ist doch ein Scheiße. Hört man was, das ist doch ein Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das zeichne. Ach du, das ist der Öl. Hitsche. Hey. Willkommen zurück. Gibt es hier, ihr wollten. Was ich nicht so schrieb? Du hast immer Korallen geschrieben. Ach Korallen. Ja. 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 Warte. What? Ich hab doch keine Ahnung, wie man das schreibt. Okay. Wird richtig. Ja. Viel mehr kann man dann zeichnen. Okay, ich wollt schon sagen, ich kanns nicht schreiben. Ich wollt grad nicht schreiben. Oh, schade Siggi, ey. Ja, fast. Nicht ganz. Ich muss mal wissen, wie man Bungie schreibt. Ach, geh. Ghost Bungie, ich bringe ihn. Oh, knapp daneben. Boah, mal gucken, wer das noch von euch kennt. Okay, was kommt denn jetzt? Echt? Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was? Was? Ich weiß glaube ich, was er meint, aber ich komm nicht drauf. Fuck. Ich hab mal das Ding genommen. Wir können alle nicht, wir können alle nicht malen. Du siehst es ja. Oh Gott, was mach ich denn? Menge in Rot. Ah. Easy. Jetzt kommen meine placken Kenntnisse. Joko, jetzt hast du es versaut. Ja, ich weiß. Ach, fuck, Mann. Ja, weil ich immer mit schwarzmaler. Alter, schwarzmaler, du. Entschuldigung, nix. Ja. Komm auch zu uns, mach mit. Ja, ich hab's halt verkackt. Es tut mir leid. Kommt, kommt. Achso, ich bin ja eh. Jupp. So, Siggi. Marcel, du bist noch da? Wolltest du nicht decken? Ja, ich fahr jetzt aber. Kommt gut rein, sie Jungs und Mädels. Jo, du auch, dick an. Ciao. Ciao, ciao. E total. Geld. Was hast du mich, Adi? Also, geht doch. Das G wollte nicht. Ja, das G wollte nicht. Oh, leg mich doch. Ich habe keine Ahnung, wie ich irgendwas davon malen soll. Das wollen wir uns wirklich an tun, Biene. Wir möchten dich dabei haben. Eromedien! Eromedien! Ja! Martin Pest, wenn du sein könnt. Du kannst den Hintergrund grau färben und dann weiß. Mit weiß arbeiten. Rauchloch, das bin ich immer noch nicht schlauer. Ja, das ist schlau. Oh mein Gott! Ach, ne. Auch nicht. Doch. Er ist mit verschiedener Farbe gewählt. Kann ich nicht wollen. Ah! Biene ist dabei! Herzlich willkommen, Biene! Biene, kommst du auch noch auf die PS, dass wir deine entzückende Stimme hören? Wie? Noch eine Frau! Ah? Einer braucht es hier nicht, Dio. Was ist denn da los, ey? Äh, Andi, du bist dran, ne? Falls du es nicht mitbekommen hast. Ja. Okay. Ja. Ja. Was ist denn zu bekan? Ja. Oh mein Gott. Ach komm Biene als ob. Oh fuck. Äh, ich will das nicht. Boah, noch das Knach. What the fuck, ey. Mal mal einen Priester, was soll ich denn machen? Schwarz mit einem weißen Ding in der Mitte. Ja, leg mich an drüber. Ja, ich bin ein. Ja, ich bin ein. Bude, bleib. Tippe auf Nordamerika. Irgendeiner von den Staaten. Etwas von New York. Ähnlich. What the fuck? Die Form ist ausschlaggebend. Ja, nein, nicht wirklich. Mit Farben kann ich hier nicht viel anfangen. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Alter, geh dich in die Ecke stellen und schämen. Was zur Hölle, ey. Deutschland schaut aus wie ein fetter Baum. Ja. Da hast du ein bisschen die Formen her etwas. So eine Anfrage. Und ein Dünner, unten sicher. Ich komme dann später wieder. Also bis dann. Bis dann. Ja, mal gucken, ob ich das so hinkriege. Ich bin der So-So-O-Fund. Ja, stopp. Ich habe es ja gar nichtsigh. Ja, okay. Ehhh. Ups. Hier ist einfive ab. Das Erste Harvard... ... мама eine eine bisschen länger. Der wird sein. Okay. äh nicht gewonnen what vielleicht zufällig ups aber ich hab's noch nicht falsch geschrieben oder? du hast los mal ja, ist halt schade das da beibodybuildern nicht kommt ja ja, ist halt schade das da nicht kommt closed oder sowas what the fuck, wer ist das denn? wer ist denn freddyfaulig was? freddyfaulig what ähm fuck ich weiß es nur wegen meiner dame also wegen meiner ja im kursi noch darum geht es oh gott das war kacke also schatz du müsstest das wissen das ja ist jetzt könntest du vielleicht noch besser zeichnen das tut mir leid ja alles ja ich hätte noch mal vielleicht ein raum kann ich eigentlich einfach rausgehen oder hat es denn ich muss mal kurz machen macht das mal eins ohne mich kann ich einfach raus ich muss einfach mal zu sein jetzt auch draußen okay ich komme gleich wieder